Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ihr habt sicher schon beim Dorso auf dem Kanal gesehen, nämlich hat er da einen Post gesehen über den Play Store bei Shakes & Fitch, dass es da wohl so eine Black Friday Aktion geben wird. Es war noch nicht ganz sicher, aber jetzt haben wir es offiziell hier im Forum stehen und auf Instagram. Deswegen habe ich gedacht, mache ich auch nochmal einen Post dazu, damit es auch wirklich alle mitbekommen. Natürlich gerne den Dorso nochmal auschecken bei YouTube, wenn ich es nicht schon getan habe, habe ich ja im vorletzten Video ja erwähnt. Jedenfalls, Leute, es geht darum, dieses Wochenende wird Shakes & Fitch den Black Friday feiern, das Black Friday Weekend. Das heißt, von Freitag bis Montag gibt es 20% mehr Pilze. Und außerdem, jetzt kommt es, Leute, haltet euch fest. Es gibt in der Edeltermine, in dieser ganzen Zeit, in der ganzen Zeit, komplett nur schwarze Edelsteine. Ich weiß jetzt nicht, ob da für Rathaus 15 vorausgesetzt ist. Ich werde das einfach dann auf einem Account testen, wo es noch keine RH 15 in der Gilde gibt. Aber wenn das wirklich so ist, ist das wirklich krass. Das heißt, wirklich nur schwarze Edelsteine. Ist jetzt die Miene hoch, muss man natürlich einige Stunden warten, aber gerade für Spieler, die die Edelsteine Miene noch nicht so hoch haben und wo man schnell schwarze Edelsteine bekommt, ist es sehr praktisch, sich da komplett auszurüsten. Anders mit einer 20% Pilzaktion kann man sich natürlich durchpilzen und komplett episch mit diesen Steinen ausrüsten. Was ziemlich nice ist, Leute. Mega. Nice. Wollen wir. Genehmigt. Und außerdem gibt es dann am Freitag um 0.01 Uhr kann man wohl die Edelsteine Miene und die Goldgrube um jeweils 5 Stufen weiter ausbauen. Ob das jetzt permanent ist, gehe ich von außen. Ansonsten würde es keinen Sinn ergeben. Wie viel das kostet, keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Keine Ahnung. Aber, finde ich, sexuell ganz schön anziehend. Und ich habe zwar noch keine einzige Miene auf 20, aber irgendwann, wenn es permanent ist, ist das natürlich... Ist geil. Nehme ich. Nehme ich mit. Und außerdem gibt es noch das Wochenende Raritäten des Waldes Event. Das heißt, mehr Holz, Steine, Seelen in den Abenteuern. Und viel Spaß. Das war's. Der Post. Leute, damit wünsche ich euch ein wunderbächiges Wochenende. Viel Spaß mit den schwarzen Edelsteinen und ganz viel Erfolg beim Upgraden der Edelsteine Miene oder Goldgrube. Das war's von mir. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hab ihr lieb.